Genie, die Brüder sind da. Stellt euch mal vor, ihr müsstet ins Heim. Wir sollten das Haus verkaufen und jemand von dem Geld bezahlen, der sich um Genie kümmert. Das Haus wird nicht verkauft. Wo warst du denn die letzten Jahre? Elie hat jahrelang für Genie gesorgt. Die Frage ist doch, ist Genie real behindert oder wurde sie in den letzten Jahren dazu gemacht? Weil sie wie ein Caspar Hauser behandelt wurde. Genie? Helie? Ich möchte einfach nur abhauen. Du kannst froh sein, dass du Genie hattest. Du meinst, dass es eine gute Ausrede für meinen Scheitern als Künstlerin ist, ja? Ich glaube, dass wir durch diesen Prozess hindurch müssen. Unsere gehandicapte Schwester ist dazu da, dass wir anders miteinander umgehen. Ich bin bereit, mich um sie zu kümmern. Ausgerechnet du. Du warst doch selber in der Psychiatrie. Unser extremer Egoismus, die Sucht nach Bequemlichkeit, wie unsere Gesellschaft mit den Schwachen umgeht, zeigt viel über unsere Werte aus. Ich bin bereit, mich um sie zu kümmern. Ich bin bereit, mich um sie zu kümmern.